Musik Herzlich Willkommen zum Landesliga-Derby zwischen dem HSC Blau-Weiß-Tündern und der Spielvereinigung Bad Pyrmont. Nach einer Durststrecke meldeten sich die Pyrmonter am vergangenen Spieltag eindrucksvoll zurück. Mit einem 5 zu 0 wurde Ahlfeld vom Platz gefegt. Und natürlich wollte das Team von Philipp Gaste auch das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr erfolgreich absolvieren. Keine einfache Aufgabe, denn auch die Schwalben wollten hier unbedingt die drei Punkte zu Hause behalten. Um nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern zu müssen. Den besseren Start erwischten allerdings die Gäste im weißen Trikot. Die 12. Minute Freistoß. Christopher Loges. Ein unberechenbarer Flatterball. Kelle ist überrascht. Macht da keine gute Figur. 0 zu 1 für die Spielvereinigung. Tündern wehrte sich. Spielerisch kriegte das Team von Sigi Motzner jedoch nicht sonderlich viel zustande. Die 22. Minute mal eine kleine Ausnahme. Schöne Ballbehandlung von Edward Urich. Der Abschluss ist aber eher verbesserungswürdig. Die Kurstädter hingegen hinten äußerst kompakt und vorne fokussiert und zielstrebig. Lesemann kommt da über die rechte Außenbahn. Tolle Reingabe und ein grandioser Abschluss von Christopher Loges. Ein geiles Tor. 0 zu 2 nach 25 Minuten. Das war wirklich toller Fußball, den die Herren im weißen Trikot hier präsentierten. Chrissi Loges wird von Matwiow auf die Reise geschickt. Kelle kommt da rechtzeitig raus und Fischer klärt letztendlich auf der Linie. Es blieb also beim 0 zu 2 Halbzeitstand. Das ambulante Therapiezentrum der M&I-Fahrklinik in Bad Böhmann hilft ihnen nach einer Sportverletzung wieder auf die Beine. Ein Schwerpunkt eines der größten ambulanten Therapiezentren im Landkreis ist die physiotherapeutische Betreuung von Sportlern und Mannschaften. Hierbei greifen wir auf praktische Erfahrungen aus dem Profisport mit der HSG Blombeck-Lippe zurück. Besuchen Sie uns in Bad Böhmann. Aufgeben wollten die Schwalben hier aber noch lange nicht. Direkt nach dem Seitenwechsel Freistoß. Ugo Aydin und Piontek köpft das Spielgerät an die Latte. Nur wenige Sekunden später schon die nächste Chance. Beckmann legt sich den Ball ein wenig zu weit vor. Diese stürmische Phase der Gastgeber nahm aber relativ schnell ein Ende. Die 52. Minute ein brillantes Pässchen von Matwihoff auf Benedikt Tagemann. Und sein erster Saisontreffer kann sich wirklich sehen lassen. 0 zu 3 für die Spielvereinigung Bad Pürmont. Doch es war noch ein wenig zu früh um von einer Vorentscheidung zu sprechen. Die 68. Minute. Riko Stapel. Ein fantastisches Tor. Der haut das Ding da einfach eiskalt in die Maschen. 1 zu 3. Der Anschlusstreffer war vielleicht doch noch was drin für die Blauen. Die Antwort lautet nein. Denn Pürmont spielte das Ganze souverän runter. Und hatte hier sogar noch einige gute Einschussmöglichkeiten. Matwihoff trifft hier nur den Außenpfosten. Und so bleibt es beim Endstand von 1 zu 3. Ein verdienter Sieg für die Pürmonter. Ähnlich sah das auch der Kapitän Benedikt Tagemann. Ja, ich fand, wir waren eigentlich schon klar besser. Jeweils die erste Viertelstunde in der ersten und in der zweiten Halbzeit hatten wir ein bisschen Probleme. Aber haben wir uns ganz gut draus gelöst und dann auch zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht. Das hat das Ding ja gemacht, Junge! Du hast das Tor zum 3 zu 0 erzielt. Das hat dich ganz besonders gefreut, oder? Ja, ich habe schon länger nicht mehr getroffen. Das letzte Mal in der Vorbereitung. Ja, ist schon ein paar Tage her. Das Fazit für dieses Jahr? Ja, ich denke, wir haben, ich weiß gar nicht, zwölf Punkte mehr als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Wir spielen eine gute Saison, hatten so ein kleines Tief zwischendurch. Haben uns da jetzt aber letztes Spiel wieder rausgeholt. Und ja, jetzt sind wir durch, haben zwei Siege zuletzt geholt. Ich wusste es eigentlich.